Mein Name ist Siegbert Schlimm, ich bin seit 28 Jahren Pharma-Referent und seit sechs Jahren bei IQVIA tätig. Meine Aufgabe besteht darin, Ärzte und Ärztinnen regelmäßig zu besuchen, sie über Arzneimittel zu beraten und eben den Verkauf zu fördern. Ich habe mich vor sechs Jahren im Internet bei IQVIA beworben, aufgrund einer sehr ansprechenden Stellenanzeige. Ich hatte anschließend ein noch besseres Vorstellungsgespräch und als man mir dann ein Jobangebot gemacht hat, habe ich natürlich dankbar zugegriffen. Es war ganz toll und das ist es noch bis heute und ich hoffe, es wird so weitergehen. Die Unternehmenskultur bei IQVIA finde ich ganz toll, wir duzen uns alle. Ich arbeite in einem sehr guten Team mit einem ganz tollen Chef und ich möchte alle Mitarbeiter, mit denen ich zu tun habe, loben, weil man kann fragen, anrufen und überall bekommt man Hilfe. Ganz toll bei IQVIA finde ich auch das Vertrauen, was mir entgegengebracht wird. Ich kann selbstständig arbeiten, ich kann frei entscheiden und wenn ich Hilfe brauche, ist die Hilfe auch da. Wenn du dich bei uns bewerben willst, solltest du folgende Eigenschaften mitbringen. Respekt, Empathie, die Lust zur Weiterbildung, die Argumentationsfähigkeit und Freude an der täglichen Arbeit. Bewerb dich jetzt!